Bla 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 von der Sendung mit der Maus oder was? Ah, das Gymnasium in 10 Jahren, Alter. Klang so ein bisschen wie so eine Rede von Donald Trump einfach, ne? Daumen nach oben, blablabla. 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 Fake News. Lasst euch bitte nicht abschränken von diesem Spiel. Ja, das Spiel ist bestimmt scheiße. Es kann teilweise schlimmer sein als TTT. Ernsthaft. Wann kommt TTT? Wer kommt TTT? Ja, Pana TTT angekündigt, geil. Pana TTT angekündigt, geil. Endlich. Pana drücken auf ready. Pana noch mal ready. Wir sind die Golf-Profis, eure Leute. Boah, ich mach euch fertig, ey. Ey, wir haben übrigens Kollision angemacht, ne? Also wir können uns alle bekingen. Tobi, weißt, was das heißt, ne? Ja, ich hasse jetzt, Alter. Achso. Ich bumm's deinen Ball, Alter. Hä? Hä, was ist jetzt los? Hä? Hä, warum fliegen das Smileys? Wie geht das? Hä, wie geht das denn? Nice, nice, ehrlich. Achso. Sag einfach mal. Was? Hä, wie schlägt man denn? Hä, wir sind alle ineinander gesponsed. Hä, meine Sushis. Okay, warte mal. Hä? Hä, ich will wen auch sagen. Hé! Cyrin und Sack hinten. Hä, das war kein Brun Workshop. Hä? Hä das war tätig. Ey, Tobi, was machst du dann? Alter, Pan. Hey! Hör auf jetzt! Hey! ее! Tobi, was hast du denn Haven ¡n sch стен schlag hingekriegt? Come! Oh! Dicke Feuch, ticke Scheche! Mach den X, Sascha. Komm mal rein! Oh Mann! Tobi, ich hasse dich! Der Tobi ist voll der Streber! Oh Gott! Scheiße! Schön! Triple Boogie! Oh Gott, das wird furchtbar! Oh Gott, der Hass wird so real! Ist aber komisch, ne? Alter, Erik! Oh Scheiße! Na, was denn? Das war geil, danke! Warte mal! Geil! Nein! Ja, das war ja easy, Leute! Ja, Mann! Ciao! Was ist mit dem Tobi? Hast du doch schon mal gespielt? Ja, klar, ich bin Pro! Du Wichser! Okay! Nein! Oh mein Gott! Noch lach ich! Oh! Was ziehst du hinter dir her? Sind das Drogen? Das sind aus dem Party-Drogen, Alter! Oh! Sehr gut! Party-Drogen! In dir steckt ein kleiner Tiger-Wutz! Wie meinst du das, Tobi? Ach, Curry, bitte! Oh! Echt? Was? Ähm, ich hab's beider geschafft! Tobi, hau ab, Mann! Wow! Nee! Hast du auch ins Wasser gefallen? Hast du auch ins Wasser gefallen? Hey, wo bin ich denn jetzt hier? So! Ich warte auf... Alter, Pan! Super! Äh, ja! Ja, Tobi und Curry, die Luschen, ey! Was mach ich denn jetzt? Oh Gott! Alter, Curry, was ist los mit dir? Guck mal, hier sind lauter Hanf-Symbole aufm Rasen! Wuhuu! Boah! Tobi, warte mal, stopp! Ey, ey! Alter, Tobi, geil! Sanft, sanft, aber großzügig eingelogt! So bin ich! Curry, wir haben voll die gleiche Farbe! Mach mal! Schön! Schön! Eric ist momentan Erster! Boah! Was? Ey, was war das denn, Tobi? Oh nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Boah! Boah, Pan, ey! Uah! Wäh, wäh! Er kommt wohl, oder? Alles klar? Wow! Wie gemein! Oh, Schatz! Ich dachte, das wär's gewesen. Okay. Okay. Ihr könnt rausbräunen und... Nein! Ich kann das nicht nur mit Gefühl machen. Ich kann gar nicht mit Gefühl. Ich bin mal so groß. Was ist das denn? Nein! Nein! Hallo! Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ein Arsch. Wie gemein ist das denn? Tobi, bist du schon drin? Warte mal. Ja, danke Tobi. Nein! Warte mal. Danke. Boah! Alter, ich muss erstmal viel härter schlagen. Was machst du das? Nein! Nein, warum? Hau ab Tobi, geh weg! Curry? Nein! 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 Das geht ja da oben hoch. Was ist das denn? Ja, geiles Spiel! Oh, Alter, hu! Ich hasse das beim Minigolf. Das ist von leicht erst, weißt du? Und dann auf einmal zieht der Schwierigkeitsgrad an. Ja, beim Tobi stell ich mir auch vor, dass er steht mit seiner hochgezogenen Hose mit so einer Golfnütze und so einem Karo-Pulli, weißt du? Und drei Finish-Shorts, ey. Und dann überfahre ich euch mit dem Caddy. Ja, Tobi, komm. Good job, mate. Ja, warte mal, Curry. Ich roll' grad wieder ganz. Alter, Tobi, was machst du? Oh, Alter, wenn der jetzt runterrollt. Oh, Schweiger. Hä? Äh, was? Wie der Curry einfach war... Tobi ist raus. Tobi hat zu viele Schläge gebraucht. Ja, Tobi. Er ist wie als ich Kind war, ne? Wer ist erster? Oh, Mann. Hast du aber zu viele Schläge gebraucht? Ja. Scheiße! Holy Run, Alter, oder? Ja, Tobi! Warte gerade. Was? Ja, Haul, Mann! Geil! Als ob, als ob. Alter, nice! High five, Alter! Ach, komm, ey. Curry, ist los, du Loser! Jetzt gerade mal ab hier, ja? Baller rein! Baller! Okay, Curry, mit Gefühl. Du weißt noch, mit Gefühl. Baller, Bruder. Wir haben noch drüber geredet. Er holt aus, er holt aus. Und? Ja. Lacht nicht! Ich will mit Tischen werfen und mit Stühlen. Oh, das ist gar nicht. Oh! Also ich will den Stuhl werfen einfach. Ja, traurig. Hine Bänderette, Victor. Gibt es einen Golf DLC, oder? Nein! Ähm, was? Nein! Oh, Meise, nein! Oh! Okay, das war so haarscharf. Oh! Was? Okay, das ist echt mies. Nein! Hold on! Alter! Kann ich mich irgendwie zurücksetzen lassen? Hä? Ja, mit R, glaube ich. Ja, mit R. Okay! Wow! Mega Schlag! Hä? Ah! Nein, Pan ist oben! Fuck! Tschüss! Alter! Willst du mich fangen? Nein! Ne! Ja! 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 Jawohl, ich hab's! Ja, Tobi, ich auch! Nice! Hey, Erik! Hey, Tobi! Wie kann ich denn die Sichten wechseln? Geil, Tobi! Wir sind im Loch zusammen! Oh, geil! Eigentlich Freunde! Das ist ein Double Birdie gerade hier, ne? Ah, nice! So, Palm ist da auch drin? Jaja, Currystrecken kommen noch! Da ist es ganz einfach! Alter! Alter, das war aber Glückwunsch! Das war knapp, ja! Und jetzt! Mit Gefühl! Mit sanft Curry! Geil Curry! Schön Curry! Mh! Super! Super! Was ist das denn jetzt? Ja, dann gucken wir mal! Wir müssen auf dem Dach springen, Tobi! Du musst da aufs Dach! Hä? Was macht der denn da? Easy! Hä? Ich kann meine Maus! Jo, Tobi, ab geht's, Alter! Hä, wer ist da denn geflogen? Hä? Sag mal! Warte! Ja! Kannst du dich bewegen? Also, ja, ich glaube ich bin... Ah, jetzt! Hä? Ja, Baby! Hä, was macht ihr da? Kannst du dich bewegen? Hä, wie komm ich denn hier runter? Ich weiß nicht! Ich würd auch gerne weggehen! Ach so, okay! Ja, du sanft! Einfach sanft, Paar! Warum bin ich jetzt weg von dir? Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen! Es kann sein, dass du schon Schlagen gedrückt hast! Zieh mal nach hinten! Nee, ich kann gar nichts mehr machen! Ich schlag ja die ganze Zeit! Du hast doch mal R vielleicht! Mach ich auch die ganze Zeit! Ah! Nee, ich kann nichts machen! Hä? Ist das... Ist das... Ist das... Ja, ich hab einen Bug! Okay, ich... Ich drück mal ein paar Mal R, dann... So, jetzt bin ich raus! Kannst du eher drücken mit Reset? Nee, ich bin... Ja, ich bin raus! Oh, tut mir leid! Oh! Hä, was ist das denn hier? Nichts! Können diese Entwickler hier! Kannst du es jetzt fahren? Oh! Hey, danke mal! Hey, ciao! Das geht immer noch nicht! Tschö! Oh oh! Das kann doch gar nicht sein! Kann man nicht bewegen! No! Ja! Ja! Mit zwei Schlägen! Mit zwei Schlägen eingelocht, Alter! Genau rein da! Nein! Oh! Tobi, das war knapp! Das war knapp! Geht's doch! Äh... Also, ich bin ja eh raus, ne? Pan? Wie raus? Hä? Watt raus? Bin ich hier irgendwo noch? Hä? Bist du rausgegangen? Hä, wieso bist du raus? Nein, ich bin... Hallo? Hä? Bin ich grad nicht im Beobachtungsmodus? Ich weiß es nicht, wo du... Na, du bist auf jeden Fall noch im Spiel hier! Ach, jetzt noch mal R gedrückt, oder was? Aber wie laufst du denn Runden voll? Hä? Was heißt das denn? Ich hatte Dinge ins... Ich hatte zu oft R gedrückt, das heißt, mein Timer von den... Versuchen wird... So... Ja, aber... Aber du musst doch dann trotzdem in der nächsten Runde mit dabei sein! Also jetzt bist du wieder da! Ja, ich geh immer noch nicht! Nö, ich kann mich nicht bewegen! Och, der ist ja... Alles klar, Tobi? Pandoria! Oh! Null! Ähm... 14? 14 Schläge? Das heißt, du bist einfach... Du bist komplett raus, irgendwie! Äh... Ja, ich kann auch das... Das Bild halt überhaupt gar nicht bewegen! Hä? Doch, nein! Du musst mitspielen können, das kann gar nicht sein! Ja! 14 heißt nur für die Bahn, dass du halt deine Schläge irgendwie... Ja! Ich drück jetzt hier irgendwelche Tasten! Ich probier's trotzdem nochmal! Oh! Alter, das gibt's doch nicht! Ja! Ja! Ich bin drüber! Oh, nein! Ja! Ich bin übers Haus... Oh, warte mal! Nein, nein, nein! Ja, Baby! Geil! Hä? Hey, Tobi! Hö! Ja! Ähm... Boah! Ey, Karu bist du drin? Alter Tobi, geil! Ähm... Meine Maus ist generell stehen geblieben! Hä? Ähm... Ja! Ist schon nicht gut! Nö, ne! Ist richtig am Wirken, ey! Weil die Pan ist sichtlich konzentriert! Ja! Die muss natürlich genau den Schlag auch berechnen! Welches Kabel ist es jetzt vor allem, ne? Das überlegt sie jetzt wahrscheinlich gerade! Ich kenn das! Boah, bei USB ist es echt scheiße immer! Hä? Ich hab mir mit so einem Etikettendruck einfach so Dinger drauf gemacht! Hä? Ja, Robi! Du bist ja halt die Farbe! Ja, was ist denn los, Alter? Ui! 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 Meine Wärme-Tänz geht sofort weiter! Hier auf dem Streckentor! Eine kurze Wärme-Unterbrechung! So! Ui! Aber kannst du denn jetzt wieder was machen, Pan? Ich bin noch nicht im Spiel! Ich muss erst Ui! 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 Frau Doria, haben Sie das Gerät schon mal neu gestartet? Ui! Ui! Warte, ich wollte mich zu beeilen! Moment! Äh! Zehn Sekunden von Strom abkleben! Da ist sie! 30 Sekunden hat sie noch! Sie kann's schaffen! Wenn sie sich jetzt anstrengt, kann sie noch ins Loch reinrollen! Aber sie muss jetzt langsam loslegen! So, dann gucken wir mal! 5 Sekunden wird sie versuchen den Schlag umzusetzen! Wie immer die Zuschauer natürlich in die Nerven bis zum Bersten gespannt! So, ich bin wieder da! Ich kann leider die Maus nicht... Sie ist wieder da! Ah, jetzt, jetzt! Ah! Jetzt kann sie die Maus noch aus! Reporter, hören wir gerade, dass sie wieder da ist! Wird jetzt passieren! 5 Sekunden! Oh! 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 Alter! Alter! Oh! Hä? Das ist ein geiler Schlag, Alter! Okay, los geht's! Ach du Scheiße! Ja, nice Tobi, geil! Ja, hab's! Das holen wir auf! Das holen wir auf, Leute! Das schaffen wir! Ciao! Uh! Ja, wow! Mega Schlag! Oh, warte mal! Ich hähne Idee! Boom! Ah! Warum? Moin! Tobi! Boom! Jaaa! Was ist los? Ah, klar! Auf einmal alle konzentriert so, ne? Ja, ist echt krass! Geil! Pan! Jawoll! Nice! Da kann man mal klatschen, ne? Da kann man mal klatschen, ne? Wir können nochmal Billard spielen, ne? Billard ist bestimmt auch voll lustig! Bitte was? Billard wär bestimmt auch voll lustig! Mit vier Leuten? Kann man nicht zu viert spielen? Ne, natürlich nicht! Stimmt! Tobi, ey! Wir haben ja auch Lust hier, ey! Oh! Nein! Holy one! Tobi! Ich hasse dich! Ich hasse dich so sehr! Nein, Pan! Ich wüsste jetzt mal gucken, was man hier machen muss! Scheiße! Ich hasse! Ich hätte auch fast Würde gehabt, aber ich hab leider total verkackt beim zweiten Schlag! Schau, Paaren! Ich habe es... oh, Schau, Paaren! Hatt malste hin! Hatt malste hin! Diese Frau steckt voller Aggressionen! Boah, ich hab jetzt die Konzentration... Eier! Guck ihn auch! Schau, Colby! Das ist übers Loch der Holländer! Der fliegende Holländer! Oh, Pan hats! Krass! H fij respex Es sinkt ein Orländer Es bleibt nur noch der Kleve Curry Curry nehm doch densz ladies Du wirst eshst Du ehrgeizig Ist´s schon super Ähhhh malad wie es jetzt so lange Ich glaube wir müssen... Warte mal, ich probier einfach mal. Warte mal, da geht's nicht lang. Oh Mist. Da ist doch so ein kleines Loch, da kann man... Nein, nein, warum? Warum? Kannst du mal aus der Schusslinie... Pan, gehst du mal bitte aus der Schusslinie? Einmal in deinem Leben? Ja. Oh doch, ich bin... Jaja, überbande mein Freund... Oh nein, nochmal, nochmal, nochmal! Ernsthaft? Was ist das denn jetzt hier? So. Konzentriert sich! Hallo! Hallo! Und Tobi Nathau ist drin, Currywurst wieder zuletzt auf dem grünen... Wurst! Gans und Currywurst an und... Konzentration, meine Damen und Herren. Wird er einlocken. Jetzt in unserer Wurstabteilung. Schön, Alter! Schön! Mann ey, Tobi kommt mal hier! Schön eingelogt, ganz schön! 74 zu 60... Mann! Voll das kleine Mini-Haus... Oh, das ist ja mies! Achso, da ist ein Holzbrett! Ist ja super gemein! Ey Pan! Probier mal was! Bo, was? Bo, was? Alter, ich bin da direkt durchgekommen! Ah! Ah! Diese Ruhe! Diese Ruhe am Ziel, Freunde! Ihr müsst sie auch mal probieren! Ja! Ah! Entschuldigung! Ist der Tobi schon drin? Ja, sicher! Da sehe ich also Tobi drin! Ich wollte mal auf, Mann! Beim Tobi guckst du einmal kurz nicht hin, er ist ja schon drin! Ah! Huch! Was? War das Liga? Ja! Ah, Tobi! Geiler Move, Tobi! Hä? Ich habe gar nicht gedrückt! Hä? Nein! Hä? Erik, komm mit! Ui! Oh nein! Was war das denn? Du bist auf mir gelandet, Mann! Hä? Entschuldigung? Ist der Curry schon drin? Ich bin drin, Tobi! So was von! Boah! Was war das denn Pan? Oh, Alter, zu dritt eingelocht! Passen wir alle rein? Ja, sicher! Gebärfreitiges Becken und so! Ich will vorgehen! Wow! Ja, easy! All in one! Was ist los? Nein! Was? Ja, Digga! Alter! Nein! Was ist das denn? Du bist ja voll gemeint! Ich geh schon mal aufs andere Loch! Was? Warte, warte, warte! Weiß ich nicht! Hab ich gerade ausgedacht dieses... Huuuuuuuuuuu! Nein! Also jetzt aber! Birdie wenigstens! So ein Schöne Sau! Huuuuuuu! Wow! Haaaar! Curry, was los, Mann?! Hä, geht es beim Golf darum, weniger oder mehr Punkte zu haben? Was ist besser? Weniger natürlich! Das ist ja weniger Schläge! Ja, okay! Ich hab noch nie zu viel! Ja, zu viert! Hole in one! Hole in one! Hole in one! Woom geht es hier eigentlich?! GSP hat mich das geleert! Das Golfspiel, Mann! Ich hab Golf noch nie wirklich gespielt! Ja, bei Minigolf ist das immer so, dass ich das sehr hasse. Ich bin hier unten an die Punkte. Also mich schon, ne? Ja, du bist ja auch so ein E-Sport, oder man? Nee. Was hat der jetzt? Kodaleswurst. Ähm. Hä? Kodaleswurst? Kosta Kodaleswurst? Geh mal weg da. Hey, Freunde. Geh mal weg. Aua! Oh, Alter. Was war denn das? Hä? Nee! Nee! EZ, Alter. EZ! Wie gemein! Bumm! Alter, leck mich. Mann! Oh, das gibt's nicht. Ich bin einfach zu stark für diese Welt. Jawoll! Kobi! Oh, nein! Fick die Hölle! Ja, das hatte ich gerade auch. Oh, nein! Sieht so geil aus, wie die Bälle da so rumfliegen mit dem Name dran. Oh, oh, oh! Jawoll! Sehr samm. Sehr samm. Herr Range am Schlag. Jetzt Erik Range am Schlag. Oh, nein! Ich bin zu stark! Mit der Eirangefarbe. Der Eirangefarbe. Ich knapp daneben. Ich kann meine Kraft nicht kontrollieren. Ja, ich die Kraft noch mal ein bisschen anpassen. Der kann die Mayo packen! Oh, nein! Oh, nein! Die Fans applaudieren trotzdem. Ah, und schon ist er zu sanft! Oh Gott! Es ist einfach seine Achillesferse! Diese Sanftmütigkeit! Ich möchte ein Gronfakt einmal öffentlich machen. Die Mayo-Packung. Herr Hasenberg, die Mayo-Packung. Der kann keine Tuben aufmachen, weil der ist zu stark. Immer wenn er jetzt Mayo irgendwo drauf hat. Nein! Oh! Es ist doch Platz! Die ganze Tube! So, weißt du? Pan. Ja? Oh, was ist denn raus? Das war's für mich. Scheiße, wie? Oh Gott, was ist das denn jetzt? Ach du Scheiße. Mach doch richtig so! Ja, Tobi. Ähm. Oh! Geil! Oh, Alter! Oh, oh! Freeze! Alter, Tobi! Was ist los? Du kleiner Drecksack! Oh, fuck! Aber du bist so ein Dreck! Nein! Nein! Tobi hat so'n Lack, ne? Lack, ja, Tobi. Bitte, ich bitte dich. Hör mal auf jetzt zu rollen jetzt, Ball! Ah! Mein Ball hört nicht auf zu rollen! Ich kann nicht schlagen! Der hört nicht auf zu rollen! Musst du R drücken! Der rollt einfach die ganze Zeit! Der hört nicht auf zu rollen! Drück R! Hallo, Ball! Fuck! Hallo! Hui! Ich kann nichts machen! Mein Ball rollt die ganze Zeit! Der hört einfach nicht mehr auf! Drück R! Drück R! Ah, jetzt hat er auf... Boah! Oh, oh! Oh, nein! Weg da! Komm, komm! Hu! Ach, das gibt's doch nicht! Wiii! Ey, Mann! Ich will zum Beispiel! Das sind immer so schnell! Ich hasse Tobi! Jetzt! Bitte! Mann! Ey, Tobi! Wie hat der das denn gemacht? Hat der echt eine Hole-in-One hier gehabt? Ne, das war keine Ahnung! Hör die aber, ne? Albatross war das! Keine Ahnung! Alba... Ja! Ja! Pahn! Was hast du gemacht? Ah! Scheiße! Wo ist Pahn? Ach, Pahn ist aus! Tot! Okay, jetzt Erik! Beim fünften Schlag! Okay! Konzentration! Das ist heranges wichtiges Spiel! Du musst ein Chakremitteln! Einmal nochmal durchatmen! Und dann... Tunnelblick! Wunderbar! Oh, die Musik macht dann echt aggressiv! Ich hab dich aus alles! Sie ist so fröhlich! Das Spiel ist so schön! Und dann... Und dann... Jetzt der siebte! Alles drin! Ich will nicht... Atemberaubend! So... Ja... Verstehste? Leichte Anfrage! Du schaffst es! Und der Ball rollt! Ja! Alle warten! Ja! Ja! Jetzt halt an! Nee! Oh mein Gott! Was ist da grad geschehen? Ich will nicht mehr leben! Jetzt aber! Wahnsinn! 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 Es gibt noch eine mit! Wollen wir eine nicht spielen? Es gibt noch ganz andere Mappen! Ja! Es gibt noch ganz andere Mappen! Mit der Wunderland! Aber was da? Nächste Folge aber! Erik hat verdient gewonnen! Der hat ja solid gespielt! Klasse Leistung! Klasse! Klasse Leistung! Erik! 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 Ja dann hat der Gonk wieder die Abschlussworte! Ciao! Geil! Tschüss! Ja was gut ne? Tschö!